Wie bereite ich mich gut auf eine Yogastunde vor? Ganz wichtig, sorge für bequeme und freie Kleidung. Bei der Hose ist es vor allem wichtig, dass der Bund nicht auf deinen Magen drückt, vor allem wenn du in den sitzenden Positionen bist oder in der Vorwärtsbeuge bist. Beim Oberteil ist es ganz wichtig, dass du dich frei und offen bewegen kannst und auch deine Atmung nicht durch einen engen Sport-BH oder durch ein enges Oberteil beeinträchtigt ist. Was noch ganz wichtig ist, ist, es unbedingt zwei Stunden vorher keine schwere Nahrung mehr, damit dein Magen auch leicht und bereit ist für die Yoga-Praxis. Genauso solltest du nicht unbedingt vor einer Yogastunde einen halben Liter Wasser trinken, sondern schon am besten im ganzen Tag dafür sorgen, dass dein Wasserhaushalt ausgeglichen ist. Zusätzlich würde ich dir empfehlen, vor allem wenn du zu Hause praktizierst, lege dir bitte immer deine Materialien zur Seite, Yoga-Block, Yoga-Gürtel, eine kleine Decke ist immer. Nicht schlecht, weil du nie weißt, wie du dich heute in den Haltungen fühlst und vielleicht möchtest du dann zu deinen Materialien greifen. Viel Spaß beim Yoga!